Leute, Willkommen zurück! Sind sie Stingelbü? Diese zwei Shadow-Team werden wahrscheinlich sterben Aber... Ist mir jetzt nicht egal Wir haben unser Ziel Und zurück, und zurück, und zurück Nur zwei Mach den hier Dir auch Einheit verloren Shadow-Teams Aber wie dumm seid ihr denn? Warum sind die denn? Zurück Einheit wird angegriffen Das ist unser Weg Hauptquartier Hier ist Infanterietrupp Delphi Wir haben auf dem Gelände des Hauptstützpunkts Nordeinheiten geortet Wie sollen wir vorgehen? Oh scheiße, die haben die Menge abgeschossen Shadow-Team bereit Shadow-Team Positiv Feuer einstellen Mit Vorsicht vorrücken Wir haben unser Ziel In Bereitschaft Das ist das Ziel Shadow-Team bereit Wir haben unser Ziel Die stehen hier Ja, und machen nix Wie dumm kann man sein? Na egal Die wagen einfach mal ab Ja Also ich kann nix bauen Ich kann nix bauen Ich hab nur Ja, wir gehen hier einfach so mal vor mir Spreng die Kraftwecke die drei hier Und ich hoffe Es darf nicht existieren Dass dann Shadow-Team bereit Dass dann hier ausfällt Ich hoffe es Leute, ich hoffe es Ich hoffe es Wir haben unser Ziel Leise Shadow-Team Ich mein okay, das Rick Das ist natürlich dann noch da Aber Scheiße Ich hab immer noch Energie Nein Die Schütze sind ausgefallen Die Schütze sind ausgefallen Die Schütze sind ausgefallen Ja, ich hab nicht das ständig Ich hab nicht das ständig Ich muss auf wem wir noch das hier zerstören Ja Aber Ich muss so und so Da laufen Ich muss so und so mit dem Mit dem mit dem äh Das Gelände laufen Weil ich auch nicht durch Alles nicht durchkommt Das Gelände Ja Der Ich kann ihn ja nix rufen Ich kann ihn nicht durchkommt Vorsicht Schädel-Team bereit Das ist das Ziel Lautlos Vorsicht Es darf nicht existieren In Bereitschaft Das war's für das Rick Ich kann ihn einnehmen Und zerstören Aber wenn ich den Bauhof habe Kann ich sowieso alles nachbauen Natürlich bin ich bereit Okay Ich arbeite allein So Wir gehen jetzt mit der Commandung Hier mal lang Und versuchen das mal Ich nehme den Ingenieur jetzt mit Und wir gucken mal Ich muss hier durch Das hilft mir alles nix Ich kann ihn kein Flugzeug holen Den Ingenieur Obwohl das eigentlich Jetzt Gut wäre Weil einfach Wir gehen carnitiviert Ich darf nicht ана Einige Und Weinen Du Ich sehe Wo ist das hier ein? Wo ist das hier ein? Wo ist das hier ein? Wir brauchen... Wie ist der Plan? Die GDI-Primärbasis wurde neutralisiert. Euer GDI-Zentralkommando erobert. Hey! Sie haben die Kommandozentrale erobert! Was zum Teufel ist hier los? Macht sie fertig! Das ist ein Mamm-Potterball, okay? Raketen-Trop 1-2-1 Schauen Sie auf! Sie greifen die Basis an! Nord-Truppen gelten ab sofort als Bedrohung! Wir beginnen jetzt mit Angriff! Ich habe Ihre Codes. Ausbildung. In Bereitschaft. Ich habe Ihre Codes. Ingenieur einsatzbereit. Einheit wird angegriffen. Ausbildung. Einheit geserbt. Predator bereit. Ausbildung. Ausbildung. Auf den Boden. Commander? Ich sehe, es bin unterwegs. Ich habe Ihre Codes. Ich habe Ihre Codes. Predator bereit. Ist man die Kommando tot oder was? Ist man die Kommando tot oder was? Ist ein bisschen scheiße irgendwie. Die Schwingern von Mars. Das Ziel steht fest. Ausbildung. Einheit wird angegriffen. Ganz ruhig. Infanterie-Trop bereit. Melden uns zum Dienst. Infanterie-Trop bereit. Wehren uns dem Feind. Nachladen. Ausbildung. Untermull. Was ist das? Ah, was ist los? Mission gescheitert Mission gescheitert Mission gescheitert Mission gescheitert Mission gescheitert Mission gescheitert Das ist Italien? Das sieht nicht mal mehr wie die Erde aus. Also das wusste ich natürlich nicht, ja. Das wusste ich natürlich nicht. Empfange Nachricht. Die GDI ist tief in die Erobern oder die Aliens haben Erobern oder zerstören sie alle... Er hat Eroben das zerstört. Das darf er nicht, der Panzer. Ich arbeite allein. Halt, dass ich überrasche hier sofort drauf, ja. Hier ist zu viel los. Wir müssen einen anderen Weg finden. Rücke vor. Die sind noch hier, da müssen wir jetzt ein bisschen warten, ja. Die kämpfen hier mir zu viel. Ja, zu viel los. Anderen Weg, ja. Was für einen anderen Weg? Wie denn? Wo soll man einen anderen Weg finden? Das ist ja lustig. Ich verstehe. Okay. Rücke vor. Oh shit, das sind nur solche Schütze. Okay. Was halten wir jetzt mit der enemigen Facebook-In acerca? Okay. Wir gren sind ziemlich mit ihr. Ja, wir nein. Schädel Team mit dem Wind Konzentration im Gleitflug die Schwingen von Nord Schädel Team bereit Vorsicht Schädel Team bereit feindliche Basis in Sicht der Weg ist frei die Schwingen von Nord hier geht's lang das ist unser Weg Hauptquartier hier ist Infanterie-Trupp Delphi wir haben auf dem Gelände des Hauptstützpunkts Nordeinheiten geortet wie sollen wir vorgehen Positiv Feuer einstellen mit Vorsicht vorrück Das ist das Ziel Ich muss alle ich schalte erstmal alle Dinger aus alle Kraftwerke Und dann die Basis Ich wüsste ich möchte mal wissen wie ich das alles machen soll Sie sind schon hier ja ficken das dann fahren sie hier rauf Das ist schon da oben und dann ist es vorbei Leute ich glaube ich muss hier das erste Mal glaube ich angucken wie das gehen soll ja Ich habe nämlich keine Ahnung Das ist unser Weg Feindliche Einheiten in Sicht Bereit Hier geht's lang Shadow Team Wird erledigt Die Schwingen von Nord Ohne jede Spur In Bereitschaft Es darf nicht existieren Shadow Team Wird erledigt Die Schwingen von Nord Bereit Die Schwingen von Nord Einheit verhoben Ungläubige Sie sind schwach Sie wanken Sie sind schwach Macht sie fertig Sie wehren sich Sie wehren sich Was jetzt Sie sind schwach Ungläubige Sie wehren sich Ungläubige Sie wehren sich Sie wehren sich Wir haben unser Ziel Machen Sie fertig Machen Sie fertig Es darf nicht existieren Sie wanken Wird erledigt Sie greifen die Bars Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Warum fahren die Geschütze nicht aus? Wir rennen jetzt hier rein Ist mir egal Okay Feindliche Einheiten in Sicht Ich verstehe Ich höre Leute ist doch alles behindert Ja Ungläubige Das ist das Ziel Entschlossen Einheit wird angegriffen Aber das klappt Wie habe ich das klappt Wenn ich zerstört Oder was? Das ist das Nein Der Weg ist frei. Lautlos. So, jetzt ist alles ausgefallen. Gut. Der Beide besetzt. Neue Bauoption. Ausbildung. Neue Bauoption. GDI Luftwaffenzentrale erobert. Ausbildung. Neues Bonusziel. Raketen-Trop. Diese feigen Mistkerle wollen uns mit unseren eigenen Waffen bekämpfen. Haltet sie auf! Raketen-Trop Einsatz bereit. Raketen-Trop Einsatz bereit. Raketen-Trop Einsatz bereit. Feuer! Feuerzone bestätigt. Rasiert sie aus. Bestätige Ziel. Raketen-Trop Einsatz bereit. Greife an. Deck auf. Bereit. Nagelt sie fest. Raketen-Trop Einsatz bereit. Runter. Infanterie-Trop bereit. Zeit-Kontakt. Hilfvolles Einsatz bereit. Angriff läuft. Bestätige Ziel. Infanterie-Trop bereit. Feuerzone bestätigt. Nieder mit ihm. Einheit mit ihm. Feuer. Infanterie-Trop bereit. Hilfvolles Einsatz bereit. Feuer. Ziel bestätigt. Anhaltung. Ausbildung. Nein, nein. In einer Sekunde bin ich drin. Ich habe ihre Code. Feindkontakt. Ich habe ihre Code. Ingenieur einsatzbereit. Ingenieur einsatzbereit. Kommander. Ich habe ihre Code. Ingenieur einsatzbereit. Einheit wird angegriffen. Kein Problem. Das dauert nicht lange. Wie, der ist gestorben. Sind bereit. Auf Empfang. Wir kennen ihre Position. Ausbildung. Ich sollte den Mambo-Panzer bauen. Ja. Ich habe ihre Code. Alles bereit. Einheit wird angegriffen. Ich finde ein Ding rein. Angriff läuft. Kommander. Immer dranbleiben. Ausbildung. Warten auf Einsatzbefehl. Halb Kontakt. Ich habe ihre Code. Ausbildung. Ich habe, was ich brauche. Infanterie-Trop bereit. Rick ist bereit. Okay. Alles bereit. Infanterie-Trop bereit. Einheit wird angegriffen. Infanterie-Trop bereit. Haltet die Waffen bereit. Macht sie fertig. Infanterie-Trop bereit. Abgebrochen. Abgebrochen. Ausbildung. Bodenunterstützung. Positiv. Wir wären dann soweit. Ich habe ihre Code. Alles bereit. In einer Sekunde bin ich drin. Jawohl. Ich habe ihre Code. Bringen wir es hinter uns. Ich kümmere mich um alles. Wir wären da. Da kann ich nicht hinstellen oder was? Das ist für den Scheiß weg. Und ich werde die Missungen dann wieder verloren haben, so wie ich das hier so sehe. Das schafft er. Das schafft er. Das schafft er noch gar nicht. Das schafft er noch gar nicht. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Haltet die Stellung, Soldaten. Gebäude besetzt. Los, Männer, vorwärts. Eine Bauoption. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Deck hoch. Ausbildung. Ich habe ihre Code. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Ausbildung. Machen wir sie fertig! Ich habe ihre Code. Alles bereit. Ingenieur einsatzbereit. Ich sehe es. Bin unterwegs. Dass man wirklich Geld hat. Ich kümmere mich um alles. Wir sehen uns dort. Ich habe sie angegriffen. Was soll ich denn machen? Und ich weiß nicht, wie ich es so machen soll. Zumalte, ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich denn erst die Alien-Dinge einnehmen, oder wie? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht. Bin ich dumm, oder so? Leute, wir enden den Part. Ich weiß nicht, wie ich es machen muss, ja? Du bleibst, ich weiß nicht, wie ich es machen muss. Es tut mir echt total leid. Muss das die Alien-Dinge einnehmen, oder was? Ich glaube schon. Okay, warte, wir machen noch einen Part. Und dann gucken wir mal. Ja, warte, wir sind ein bisschen lang. Ja. Aber ich versuche es noch einmal. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, wir müssen das Video kommentieren. Teilen und mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.